Gebet am Freitag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Betag. Da Jesus Christus seine Mater trug. Da Jesus Christus an die Säule gebunden. Da bluteten ihm seine heilige fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Ach Sohn, liebster Sohn mein, wie könnte deine Mater uns erhabend sein? Ach Mutter, wie sind deine Worte so wahr und so klar? Wenn ich nur einen Menschen hätte. Da mir dieses Gebet jeden Freitag dreimal bete. Ich will ihn belohnen mit der himmlischen Krone. Will ihm geben aus dem Fekfeuer drei Seelen. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Betag. Da Jesus Christus seine Mater trug. Da Jesus Christus an die Säule gebunden. Da bluteten ihm seine heilige fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Betag. Heute ist der heilige Freitag und der heilige Betag. Da Jesus Christus seine Mater trug. Der Jesus Christus an die Säule gebunden. Da bluteten ihm seine heilige fünf Wunden. Von den kleinen und der großen Wunde er gepeinigt und verstoßen. Maria, seine liebste Mutter, stand auch dabei. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib.